Grüß euch, liebe FCA-Fans, zum heutigen Heimsieg gegen die Arminia aus Bielefeld. Heut habe ich hier unseren Stadtgründer Kaiser Augustus höchstpersönlich mitgebracht, weil der ganz narrisch wird, wenn er vom Namenspatron unseres Gegners hört. Der Gerusker Fürst Arminius, der hat nämlich die römischen Legionen eine bittere Niederlage beibraucht. Und damit sie sowas heute auf keine Fälle wiederholt, gibt es kaiserliche Hilfe. Unsere Jungs werden deshalb heute aus einer gesicherten Deckung heraus ganz schnell in eine Angriffsformation übergehen und dann wird das gegnerische Spiel ganz schnell untergehen. Denn wer wird sich schon am kaiserlichen Befehl widersetzen? Also schnürt eure Fußball-Sandaler und dann werden wir die Geschichtsschreibung gewinnen heute. Mit 3 zu 1 und zack! Fürzeich, servus!